In der Schweiz gibt es nur einmal, oder? Falsch. Es gibt hunderte Schweizer, verdäht auf die ganze Welt. Zum Beispiel die sächsische Schweiz und die fränkische Schweiz in Deutschland oder mehrere Little Switzerland in England und in den USA. Aber wieso sind die Orte nach der Schweiz benett? Je nach Untersuchung gibt es weltweit etwa 200 bis 500 Schweizer. Oberhundert sind es nur schon in Deutschland. Neben der sächsischen und der fränkischen Schweiz gibt es zum Beispiel auch die holsteinischen, die mecklenburgischen oder die märkischen Schweiz. In Frankreich gibt es die Suisse Normand und mehrere Petites Suisses, genau wie Oberzehn Kleinswitzerland in den Niederlanden. Angefangen mit diesen Schweizer hat es Ende 18, Anfang 1900. Zu Europa ist langsam der Tourismus aufkommen und die Schweiz war bald ein beliebtes Riesenziel. Schriftsteller haben von idyllischen Seen und geheimnisvollen Bergen geschwärmt. Johann Wolfgang von Goethe ist wahrscheinlich der berühmtesten Gotthardbesucher überhaupt. Vor 240 Jahren ist er genau an dieser Stelle gestanden und er hat zeichnet. Die Riesenbeschreibungen haben vor allem die Anhängerinnen und Anhänger der Romantik an einer schwärmerischen Literatur- und Kunstströmung. Mit Begeisterung haben sie von den mystischen und wilden Landschaften des Schweizer Jura und der Voralpen gelesen. Und auch die geheimnisvollen Schneebergen haben es viele Romantiker angetan, wie das Beutau vom Eiger Zeigt, gemalt von Alexandre Calam. Die Romantikerinnen haben Landschaften jenes Nähe, wo sie an die Schweiz erinnert haben, also vor allem hügelige Gegenden mit Wäldern und zerklüfteten Fäuse, die haben sie Schweiz oder kleine Schweiz genannt. Die Schweiz-Begeisterung hat die Touristiker natürlich noch so gerne ausgeschlachtet. Sie haben die Regionen, die schon den Ruf gehalten haben, sie sehen dort aus, wie in der Schweiz aktiv mit diesem Namen vermarkten. Damit sie quasi sieht, für die Schweiz gesehen müsstet ihr nicht so noch weite und teure Reisen auf euch nehmen. Sie kommen zu uns, bei uns sieht es genau gleich aus in der Schweiz. Dabei hat man sich auf unterschiedliche Merkmale bezogen. In der Suisse-Normand oder in der Sächsischen Schweiz waren es vor allem aufragende Fäuse in dichten Wäldern. An anderen Orten hat man sich mehr auf See bezogen, wo sich Hügel und Wälder darin spiegeln. Mit der Zeit haben sich die viele Schweizer als freie Tourismusmarken etabliert und sind zum Teil noch heute sehr bekannt für Ausflüge und Ferien. Dass die Schweiz bis heute eine starke Tourismusmarken ist, wo man sich auch gerne mitschmeckt, sieht man an jüngeren Schweizer auf der ganzen Welt. Die japanische, die mongolische, die argentinische und noch viel mehr Schweizer werben mit schönen Naturlandschaften. Und mit ein bisschen gutem Willen erinnern sich tatsächlich an die Schweiz. Und welche Landschaft ist eigentlich für dich typisch Schweizer sowieso? Schreibt es in die Kommentare. Hat dir das Video gefallen? Mehr zu der Original-Schweizer und vor allem zu Ihres Dialekten gibt es da. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.